Zum Burgstädter Stadtadvent am 14. und 15. Dezember heißt es Vereinsleben leben. Die Veranstalter, der Gewerbe- und Handelsverein und die Stadt Burgstädt gewannen zahlreiche Vereine für die Vorbereitung und Durchführung des weihnachtlichen Stadtfestes. Die Besucher dürfen wieder ein buntes Bühnenprogramm erleben und sich auf weihnachtlichen Gaumenschmaus freuen. Es fehlen auch nicht die vielen anderen weihnachtlichen Angebote. Gefeiert wird Samstag von 14 bis 20 Uhr und Sonntag von 14 bis 19 Uhr.